Tom ist drogenabhängig. Sein ganzes Geld gibt er für seine Sucht aus. Für tägliche Bedürfnisse hat er kaum Geld. Deshalb geht er in den Kontaktladen in Heilbronn, um dort vom Alltagsstress abzuschalten. Der Kontaktladen ist eine Einrichtung, die Drogenabhängigen Hilfe zum Leben und Überleben anbietet. In Heilbronn bezeichnet sich der Kontaktladen als niederschwellig arbeitend, da jeder, der illegale Drogen konsumiert, kommen darf, ohne dass sie ihn gleich in irgendeine Richtung verändern wollen. Jeder ist willkommen, der die Hausregeln beachtet. So ist es Gästen beispielsweise untersagt, mit Drogen zu handeln oder sie zu konsumieren. Wer Gewalt anwendet oder androht, bekommt Hausverbot. Tom hält sich an die Regeln und kommt jeden Tag in den Kontaktladen, um dort preiswert eine warme Mahlzeit zu essen. Auch alkoholfreie Getränke kann er kostengünstig kaufen. Allein im Jahr 2014 wurden in Heilbronn rund 1500 Mittagessen ausgegeben. Auch ein Angebot zum Frühstücken besteht. Zudem kann er duschen und bekommt frische Kleidung. Doch Tom kommt nicht nur, um die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Mit anderen Abhängigen tauscht er sich aus und genießt seine stressfreie Zeit mit Freizeitangeboten des Kontaktladens. Er ist nicht der einzigste, der das Angebot des Kontaktladens nutzt. Im Jahr 2014 wurden rund 4600 Besuche gezählt, wovon die meisten aus der Stadt kommen. Aber auch Drogenabhängige außerhalb Heilbronn und Landkreis nutzen das Angebot. Die meisten unter ihnen sind Männer, rund 77 Prozent, so zeigt es die Besucherstatistik. Zu einem großen Teil bezuschusst die Stadt Heilbronn die Arbeit des Kontaktladens. Außerdem kommen noch Spenden von Privatpersonen und Vereinen sowie Bußgelder hinzu. Das hauptamtliche Team wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt, ohne die das vielseitige Angebot nicht möglich wäre. Zurück zu Tom. Wenn nötig bekommt er medizinische Hilfe, auch ohne Krankenversicherung. Hygiene ist ein wichtiger Aspekt, weshalb er sich im Kontaktladen neue Spritzen besorgt. Seine alten gibt er im Gegenzug ab. Mit anderen Abhängigen tauscht er sich aus und bekommt, wenn er möchte, Informationen über Suchttherapien. Bei Interesse wird er an kooperierende Einrichtungen des Suchthilfesystems weitergeleitet. Der Kontaktladen steht in enger Verbindung mit der Jugend- und Suchtberatung Heilbronn. Tom hat keine Ahnung von Papierkram. Er bekommt im Kontaktladen Unterstützung bei Problemen mit Justiz, Ämtern oder Verwaltungen. Er führt offene Gespräche mit den Mitarbeitern, die er als seine Freunde ansieht, auch wenn sie nicht immer der gleichen Meinung sind. Mit ihnen kann er über all seine Sorgen und Probleme wie beispielsweise problematische Lebenssituationen reden. Sie sind verpflichtet, alles Anvertraute für sich zu behalten. Tom braucht keine Angst zu haben. Er darf von ihnen nicht an die Polizei verraten werden.